Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Daniel Dyer. Heute mit einer Challenge und ich werde ihn sterben lassen. Er wird einfach untergehen neben mir. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon das Intro von der Vicky gehört. Und Vicky und ich machen heute eine kleine Challenge gegeneinander. Und ja, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Es funktioniert wie folgt. Vicky macht Squats, immer eine Wiederholung. Und ich mache Push-Ups, auch immer eine Wiederholung. Und immer abwechselnd. Und wir gucken, wer am längsten durchhält. Der hat dann gewonnen. Ich mache mir schon mal locker. Okay Leute, wir starten. Wir machen einen Schnee-Schlag-Schluck für die erste Wiederholung. Okay, Moment. Steinschäle an Papier. Wie machst du das? Eins, zwei, drei. Aber ich mache das so. Du machst das so? Ja, eins, zwei und dann. Also los. Noch mal. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Nein. Du musst die erste Wiederholung empfehlen. Okay. Okay, let's go. Ready? Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Schneller. Ich kann nicht schneller. Ich weiß nicht, ob die perfekte Ausflüge konzentrieren. Ich merke, dass meine Dore geht. Alles. Nein, das fällt mir nicht. Scheiße. Ich wollte dich motivieren. Du machst nichts. Scheiße. Okay, direkt schon. Gut. Es brennt, mach jetzt. Es brennt, mach jetzt. Oh. 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 Aber geht schon. Geht nicht schlecht. Das geht nicht mehr. Okay. Ja! Ich habe es auch gemacht. Ich habe es auch gemacht. Ihr könnt eine Follower entscheiden lassen, was der Verlierer machen muss. Ich denke, der Verlierer ist eher. Es ging gar nichts mehr am Ende. Okay, Leute. Ich wette, deine Leute in Wien kommen auf doofe Ideen. Ja, bestimmt. Okay, ihr dürft entscheiden, was der Verlierer, also ich, machen muss. La 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 la. Vielen Dank für's. Sehr gerne. Scheiße Idee. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da, damit ihr auch nicht die Bestrafung verpasst. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Bestrafung auswählen. Nicht vergessen. kurz runter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.